So und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wir sind jetzt gleich am Ende, das heißt wir haben es gleich geschafft. Ich hoffe wir sterben jetzt nicht oder so, irgendetwas ähnliches, weil ich bin tot. Und mit tot meine ich tot und ich will jetzt auch nicht kleiner werden. Bin eh schon gleich genug. So, gib mir den Blödsinn her. Gib mir das. So, okay, geschafft. Ja, nicht jetzt sterben oder so. Ich will das jetzt ja durchmachen. Oh, das schaut jetzt besser aus. Sie schaut jetzt viel besser aus. Ich tu mir jetzt auch viel lecker. Jetzt müssen wir aus dem Kuss. Jetzt kommt das Gigant. Es ist natürlich nicht schwer, aber trotzdem, irgendwie müssen wir es schon mal klar schaffen. So, war es gleich geschafft. Wir sind schon an der Hälfte. Ich weiß es einfach, Leute. Ich weiß es einfach, Leute. Ich weiß es noch nicht. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weg! Geschafft ja! Mit 5 Leben, Mama! Springen wir Dankeschön, tschüss! Thank you tonight! So! So! Jetzt hoffe ich, dass wir das schaffen! Dankeschön! Ich will es nicht mehr! So, jetzt kommt ein Lieblings Ding! Spinnen! Habt ihr euch schon gesehen? Sie spinnen nervlich überhaupt! Überhaupt, wenn sie genau in den Moment kommen, wo sie sie nicht haben ist! Schaut, seht ihr? Jetzt genau wollt ihr es! Schaut! Ein Level Up! Cool! Ja! Eine Goldbünze! Schon sieben davon haben wir! Perfekt! So stell ich's mir vor! Gut! Gut! Perfekt! Jetzt tun wir uns viel leichter gleich! Das seh ich einfach schon! Das weiß ich einfach nur! Gut! Gut! Nein, nein, nein! Der Stern! Der Stern war da! Mein Schatz! Mein Stern! Das mich retten konnte! Von diesen Albträumen hier! Oh nein! Wir werden's schaffen! Das weiß ich! Aber es ist so schwer! Ja! Na, das ist jetzt komisch! Eigentlich müsste ich jetzt nicht sterben! Aber egal! So ist es eben! So! Jetzt sind wir eben nicht gestorben! War Glück! Gut! 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 Fantastico! Ja! Das hat ihn oft! Das mag jetzt das sein! Ganz locker! Locker! Komm, komm, komm schon! Ja, wir haben's geschafft! Ja, wir haben's geschafft! Ja, wir haben's geschafft! Und es ist mir egal jetzt alles andere! So! Wir haben zwei Sterne dazu bekommen! Das heißt wir können uns das nehmen da! Und wo man dann die Leben noch mehr bekommt! Und das mache ich jetzt natürlich! Ja! Ich habe es! Gib mir dieses! So! No Risks, No Fun! Sag ich dazu! Weil jetzt könnte es sein, dass wir auch versterben! Safe! Gut! Oder auch nicht! Ah, dass wir jetzt einfach nichts von denen schaffen! Oder doch! Und ich hoffe, wir machen das gut jetzt! Pfff! Das würde jetzt natürlich perfekt sein! So, nehmen wir das Erste! Ja! Das Zweite! Gut! Das Viertel! Ja! Ich nehme das Ding auch! Nein! Egal! Wir haben mehr bekommen! Ja! Ja! Neun nehmen! Das müsste jetzt! Das müsste jetzt ausreichen, Leute! Das müsste jetzt ausreichen! Das müsste jetzt eigentlich! Alles! Bitte! Gut! Gut! Wir wissen eines, dass es nicht leicht wird! Wir wissen eines, dass es nicht leicht wird! Und dann ist es nicht so leicht! Aber das Wichtige ist, dass wir es jetzt schaffen! Oh! Das ist nicht leicht! Gut! Oh! Oh! Duut! So! Wir haben es gleich geschafft! Und jetzt kommt der Schimlich höchste! was ich je in meinem Leben gesehen hab. Na, sieht's ja? Das ist sauschwer, Leute. Und das, das ist das, was wir jetzt schaffen möchten. Mit acht Leben haben wir noch. Das müsste jetzt passen, eigentlich. Entschuldige, ist das Husten? Komm schon! Oh, Creeper. Ach, Creeper. Exakt immer zu diesem Creeper. Keine Ahnung, warum. So. Jetzt müssten wir's schaffen. Jetzt erspüren wir. Jetzt erspüren wir. Jetzt. Jetzt... Jetzt hab ich's fast wieder geschafft. Wir haben doch einfach sechs Leben. Das müsste ausreichend. Müsste. Komm jetzt. Bitte. Bitte tu es mir einfach an und sagen. Dankes. Jetzt springen wir. Jetzt springen wir. Das kann doch nicht so schwer sein. Dieses komische Ding. Dingsbums da. Dieses grüne da. Ist eh gleich wieder da. Das wird mich gleich dann wieder killen. Ein Level Up. Wir haben sechs Leben wieder. Einfach... Wir haben's einfach wieder. Komm. Komm. Ja. Gleich geschafft. Ja. Leute. Jetzt geht's los. Das Ende kommt. Bitte sag, es kommt jetzt nicht so irgendwas... Na. Junior Bowser wieder. Sag nicht Bowser, oder? Na. Das ist... Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet, Mann. Das kann er nicht sein. Das ist ein Knochenklappen. Oh. Das wird noch schwer. Und überhaupt, wenn er noch dazu geschmeißt. Ab. Na ja. So schwer war's auch nicht. Also ich hätte es mir schwieriger erwartet. Da komm. Das war's jetzt. Endlich. Wir haben's geschafft, Leute. Wir haben das Spiel durchgespielt. Und danke. Tschüss. Jetzt flüchtet er nicht mehr. Was? Er flüchtet schon wieder. Wohin? Wohin will er flüchten? Was? Es geht noch weiter? Das ist das nicht dein Ernst, oder? Was? Es geht noch weiter? Ich hab' doch gedacht, das ist so leicht. Es geht noch weiter. fucking schickt ja speichern das ist mir wichtig dass man das gemacht haben ein knochenplatten wasser das ist ganz schön lange das heißt wir wissen das und ich habe mir schon gedacht das ist schwierigste also ich wundere mich gerade das was noch immer nicht gemacht haben alles das ist mir schon viel zu schwer ohne unsere erlaubnis ohne unsere erlaubnis geht gar nicht das ist ja das ist die größte frechheit gewesen was ich jetzt gerade gesehen haben welt auch jemand da irgendwie vorbei und dann auf einmal kommt er wieder flieht einfach weg ich habe es geschafft die mir das Ah, holy shit, ist das schwer. Nein, das geht nicht. Leute, ich war schon am Ende wieder. Warum? Ich fehle immer am Ende. Ich will das jetzt hinter mir haben, Mann. Leute, ich will es hinter mir haben. Mann, 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 Mann. Ich will es hinter mir haben. Was? Oh, nein. Nichts passt. Warum? Bitte, Leute, und sagt mir, es ist gleich vorbei. Ja. 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 Schmerzte Arbeit für Samuels. Endspiel spielen ist egal. Ja warum? Begin! So gleich geschafft! So wir haben wieder einmal ein Leben, das heißt es ist gleich wieder vorbei für uns. Wahrscheinlich. Außer wenn wir jetzt auf einmal ziemlich Glück haben. Ja Schatz, wir tun uns jetzt weh. So Game Over Leute wieder einmal. Game Over! Ja natürlich continue. Aber... Das war's für heute und ich bin jetzt ziemlich angefressen, dass es noch immer nicht vorbei ist. Ich hab gedacht, das ist jetzt eigentlich vorbei. Dankeschön, tschüss. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und natürlich spielen wir das Spiel durch. Also, hart rein und schaut zu.